ach hier sind wir ja okay wir sind in den badlands die können uns kaum was schon aber schutzschild geht schon relativ runter aber da schießen auch ganz viele auf uns die sind auch ausgestoßen das heißt wir sind relativ in der nähe von irgendeiner basis ich denke mal von den rogues so aber ich muss ich erst mal irgendwas anwählen weil die badlands sind schon ein bisschen heftig so da fliegen wir mal die militärbasis an einfach so und erst einmal jetzt würde ich sagen mache ich hier mal einen wegpunkt und fliegt da auch gleich hin dann können uns die ausgeschlossen und die rogues eigentlich erstmal gar nichts hier sieht man vielleicht hier hat er neues schiff oder ein anderes schiff wir können aber leider nicht kennen weil er schon zu weit weg ist gut dann würde ich sagen fliegen wir jetzt erstmal wieder nach colorado nach california genau nach california fliegen wir dann erstmal wieder und nehmen da auch wieder aufträge an weil ich denke mal hier sind die recht gut also die schwierigkeit meine ich dann können wir uns nämlich hier auch noch mal ein bisschen das system angucken hier fehlt noch ein bisschen was wir sehen zwar die handelsroute da sehen wir weil wir hier waren und hier waren und dann sieht man halt dass die handelsrouten irgendwie da vorhanden sind hier ist noch eine eiswolke ja ja schießt mal mit euren keten treffen sowieso nicht ja hier sind ganz viele rogues das aber das letzte mal ja auch schon rausgefunden ja ist ja gut das hat nur das letzte mal auch schon rausgefunden ja aber das ist jetzt so langsam kein gegen mal hier keinen reiseflug unterbrecher haben die können nämlich dann halt den reiseflug unterbrechen das sind halt auch ja so normale raketen halt die aber dafür sorgen dass der reiseflug unterbrochen wird und ich dann halt nicht mehr naja abhauen kann sage ich mal aber dafür gibt es halt gegenmaßnahmenwerfer die können halt raketen abhalten und auch natürlich die gegen die reiseflug unterbrecher ist ganz praktisch wenn man sie denn haben möchte aber ich brauche sie nicht unbedingt weil flüchten muss ich jetzt nicht unbedingt dass dann bekämpfe ich sie lieber defensive ist nicht so meins so kalifornia das heißt ab nach links und dann sind wir eigentlich schon so gut wie da und nehmen da mal noch aufträge an wie viel kohle brauche ich denn jetzt eigentlich noch 3000 knapp 900 knapp ja ist doch ganz gut ja das hätten wir noch gleich gleich bis es denn hier geht immer weiß neutral nach kopfgeldjäger hätte ich mir denken können so dann gucken wir mal wie genau hier unser ansehen ist also lieber die rocks natürlich ganz klar ist ganz oben negativ ist auch ausgestoßene die müssten neutral sein ja sieht man auch an den namen also halt rot oder weiß und ja cenos sind noch relativ human aber sind sie gehen auch schon langsam ins negative rein genauso wie schrottis gildende kopfgeldjäger ist auf jeden fall sehr neutral ja und natürlich die lsf ist natürlich ganz oben was warum ach die rogues kommt gibt mir jetzt nicht auf den sack ich will mission machen ja komm dann greife ich sie jetzt an die drei stück hier und die sind auch ein bisschen härter oder auch nicht ich glaube die sind schwächer könnte aber auch sein dass er nur auf mich zu geflogen ist und deswegen halt sehr gut betroffen habe was sieht echt danach aus dass sie schwächer sind oder sind eigentlich gleich stark also nach gefühl so ist noch ein rock da ja das haben wir hier auch schon raketen er kommt her oder komm her ist noch einer los 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 schütz so also wo ist jetzt die hadels rote die ist weg ne da ist sie ich müsste aber eigentlich genau da oben ist noch eine so dann docken wir da mal fix an und ja, ähm, die Drill, die müsste ich dann mal nachgucken. Ist zwar schon fast kaputt, aber die könnte man auch noch aufwerten. Beziehungsweise reparieren. So, dann haben wir wieder so doofen Raketen. Das Schild hält eigentlich noch ganz gut durch. Ich denke aber, dass, äh, naja, dass das zur Zeit das höchste Schild ist. Weil mit 1.225 ist das schon heftig. Ähm, ja. Da müssen wir dann mal gucken, wenn ich mal wieder auf dem Planeten bin, dann kann ich den ganzen Kram mal verkaufen, den ich so hab. Und dann einfach mal aufrüsten wieder. Falls wir dann genug Geld haben, beziehungsweise denn auch genug Angebote vorhanden sind. Weil wenn nicht genug Angebote da sind, dann, äh, ja, bringt das natürlich auch nichts. Was? Warum? Mensch. So, die haben wir uns auch schon vorgenommen hier. Die kaputten Schiffe hier. Hier, Marine, Jota, 19. Für Freelancer, Alpha, 1. Ja, 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 ja. Ich hab keine Art der Fakke. Mach das. Prüfung bestanden, alles in Ordnung. Yay, danke. So, und dann sind wir wieder in Kalifornia. Dann würde ich sagen, Achtung, Leute, unser Ziel ist System New York. Äh, fliegen wir erst mal zu dem Planeten hier. Andocken. Ist doch richtig, ne? Ähm. Ja, scheint es richtig zu sein. Ja, geht gar nicht anders. Hier gibt's keine andere Handelsroute. Ich hab das gerade mit einem anderen System verwechselt. Ähm, ja, dann fliegen wir erst mal zu diesem Planeten. Fliegen aber dann vorbei, und zwar geradeaus weiter. Und nicht nach links. Und dann kommen wir wieder zu einem unbekannten Gebiet. Wo, ja, weil da halt noch nichts ist. Aber normalerweise sind immer bei irgendwelchen Knotenpunkten immer irgendwas. Das heißt, da sollte eigentlich irgendwas sein. Und ich denke mal, dieser blaue Planet da hinten. Oder türkise Planet. Ja, Liberty Robes. Ja, 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 ja. Ihr mich auch. Oh, die scheinen auch heftiger zu sein hier. Ist natürlich sehr gut. Ja, dann kommen wir zu diesem unbekannten Planet. Der türkise da hinten. Und das ist Los Angeles. Interessant. Weil die Handelsrouten sagen ja schon aus, was es denn genau ist, oder worüber wir denn genau hinkommen. Das scheint Los Angeles zu sein. Und hier kann ich euch auch zeigen, das ist ein relativ großer Planet. Ähm, der, eine kleine da eben, der hat ja erst bei 10, sag ich mal, ungefähr, äh, die Information rausgerückt. Und der müsste das eigentlich früher machen. Ja. Etwas früher. Und da würde ich sagen, docken wir doch einfach mal an. Oder aber, ich schau gleich mal. Vielleicht können wir doch noch irgendwas, sag ich mal, freischalten auf der Karte. Mache ich mal kurz hier Systemstopp. Ja, da hinten könnte ich, ja, da fliege ich kurz noch hin. Mal gucken, was da noch so ist. Und dann landen wir mal auf Los Angeles und nehmen da einfach mal ein paar Aufträge an. Ach, das ist einfach nur ein Sprungtor. Da können wir höchstwahrscheinlich sowieso nicht rein. Gut. Ja, 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 ja. Ja, und dann nehmen wir da einfach mal Aufträge an und schauen einfach mal, ob sich das überhaupt lohnt auf Los Angeles. Aber ich denke mal, es ist auf jeden Fall besser als Texas. Würde ich jetzt mal behaupten, ich weiß es nicht mehr so genau. Es ist schon ein bisschen länger her. Ich hab immer noch nix. Ja, ja, mach mal. Ja, willkommen auf Los Angeles. Dann werden wir jetzt erstmal unsere, ja, Ausrüstung reparieren lassen. Mit diesen kleinen Fahrzeugen. So, Drill haben wir hier und den Geschützturm. Wollen wir den mal reinpacken? Weil Verlust haben wir rein theoretisch nicht. Wir bezahlen halt 33 Credits dafür. Für die Reparatur. Ach komm, wir machen es einfach mal. Reparatur abgeschlossen. Und da würde ich sagen, dann rüsten wir jetzt nochmal eine Drill aus. Ist zwar ein bisschen mehr Energieverbrauch, aber dafür haben wir auch ein bisschen mehr Stärke. Also es gleicht sich halt aus. Es sind ein paar Punkte stärker, aber dafür halt ein bisschen mehr Energieverbrauch. Aber dafür gleicht sich das halt wieder aus. So, Drill reinpacken und den Geschützturm. Da könnte ich eigentlich mal gucken, ob es irgendwas Besseres gibt. Aber das ist ja ein Geschützturm von den Liberty Rogues. Das heißt, naja, wir haben ja schon mitbekommen, mitbekommen, dass sie doch overpowered sind, die Geschütztürme. Ja. Hier die Lava Blade, die ist sowieso total überpowered, weil 31 Energieverbrauch auch. Das ist heftig. Das ist echt heftig. Ähm. Hier ist nochmal eine Lava Blade. Wie, keine Geschütztürme? Wie, nur diese doofen Lava Blades, oder was? Ach, nö. Ja, komm. Dann bauen wir den jetzt auch noch rein. So, dann haben wir noch für Torpedo, Mine und Gegenmaßnahmenwerfer was. Aber Torpedo und Flugunterbrecher möchte ich nicht unbedingt haben. Also, wir müssen uns zwischen den beiden entscheiden. Ja, Gegenmaßnahmenwerfer und Mine. Mine ist auch nicht so meins. So, das kann auch Werk, Rakete. Naja, muss nicht. So, Schilde. Da wollte ich nämlich nochmal gucken, ob es da irgendwas Besseres gibt. Aber anscheinend nicht, sogar schlechter. Da hatten wir echt ein gutes Schnäppchen gemacht auf der einen Station. Hm, so. Da haben wir nichts. Frachtraum haben wir noch ein bisschen was. Da schaue ich jetzt einfach mal. Ja, ein bisschen düster hier. So. Was haben wir denn hier Schönes? Äh, Essensrationen braucht keiner. Braucht keiner. Und Schrott sowieso nicht. Ja, dann gucken wir mal hier. Oh, die haben Schiffe anzubieten. Dann gehe ich gleich nochmal zu den Schiffen zurück. Würde ich sagen. Ja, wenn die hier Schiffe haben. Achso, ja, okay. Die Standardschiffe, die auch Manhattan besitzt. Gut. Denke ich mal, oder? Ja, ne, hier, da ist dieses ausgebaut. Aber das muss jetzt nicht unbedingt sein. Wir gehen jetzt wieder zum Bad zurück. Und schauen einfach mal, was die für Aufträge besitzen. Ähm, 2000, 2000, 2000, 2000. Ja, so toll ist das doch nicht. 3000 und Schwierigkeiten. Ja, es ist gleich mit Texas. Ähm, ja, Information. Anzahl Schiffe von Liberty Rogues. Das, äh, fliegen sie das, äh, Asteroidenfeld und greifen sie sofort an. Lämmern sie alle feindlichen Schiffe. Lalalala. Das Übliche. So, wie, wie brauchen wir denn noch? Äh, 2000. Übrigens nicht wundern, ähm, so ist das bei Freelancer. Ähm, derzeitiger Besitz steigt nicht nur durch Missionen, sondern auch durch, ähm, Equipment. Also das, was wir auch, äh, aufsammeln. Also, auf unser Schiff beamen. Und wenn wir das halt verkaufen, kriegen wir ja logischerweise auch Credits dafür. Und, ähm, ja, das wird natürlich der derzeitigen Besitz natürlich, äh, angerechnet. Ist ja ganz klar eigentlich. Und, ja, deswegen gucke ich das halt immer und immer wieder nach. Damit ich das halt nicht im Kopf ausrechnen muss. Ist schon ein bisschen viel Ware, was man da halt, äh, verkaufen tut. So, dann nehmen wir doch einfach mal den Höchsten, den wir hier finden können. 3000, noch irgendwas höher, 3050. Ähm, ja. Schwierigkeitsgruppe 3. Das ist auch Schwierigkeitsgruppe 3. Ja, komm. Die 50, die nehmen wir jetzt noch mit. Ja, dann eine Startplattform. Alles erledigt, äh, aufgerüstet, verkauft. Ja, aufgerüstet jetzt, ja, ein paar, ein paar neue Waffen, aber... Naja. Können wir noch verkraften. So, ja, dann hoffe ich mal, dass die Waffen auch ihren Dienst leisten. Och, das ist ja... Okay, wir müssen auf jeden Fall in die Eiswolke. Das ist ja... Untertitelung des ZDF, 2020